Sing mir wieder einen vor, komm schon. Alter, jetzt müssen wir ihm eingefallen tun und das finde ich überhaupt nicht gut. So, ihr habt gesagt, ich soll mir mehr Sachen kaufen, dann kaufe ich mir einfach mal mehr Sachen. Äh, ist ja egal, was genau das ist. Hast du Probleme? Fette Kuh. Bam, Alter. So, hast keine Probleme mehr, oder? Du Sau, okay, alles klar. Super. So, go, go. Lass uns zu Simos fahren. Haben wir noch ein Haus gekauft unterwegs, alles toll, alles super. Joa, klasse. Und so. Und vieles andere auch noch. Da hätten wir nochmal was kaufen können, brauchen wir jetzt aber nicht. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Gott sei Dank ist das nicht wie bei Sleeping Dogs, hier so, äh, minus 5 Kopf, Kopfpunkte Sachschaden und Unschuldigen getötet und so. Nein, sowas gibt's hier nicht. Da kann man einfach durchfahren. Ja, Mann. Dem, der, dem. Ja, die gibt's auf jeden Fall weniger Widerstand, wenn ich über den Gehweg fahre, als wie wenn ich gegen einen Lastwagen auf der Straße fahre. Also, ist doch besser, wenn wir Gehweg fahren, oder? Ja, hab ich natürlich recht. So, jetzt haben wir einige tausend Menschen umgebracht. Und jetzt endlich mal wieder eine Zwischensequenz. Wow. Oh. Das ist ein wunderschönes Schauspieler. Was zum Geier? Das war jetzt... Oh, Baby. Oh, Baby! Ich komm nicht... Was ist mit deinen Schenkeln los? Ist er reingeschnitten worden oder ist er mal ein Vorschlag? Da ist er... Alter! Bist du operiert worden, wa? Alter, scheiße, bist du hässlich. Verpiss dich. So hässliche Fotzen will ich nicht. Blöde Kuh. Okay, du bist down. Sehr schön. Ähm, wir haben ein neues Domizil. Und Simos hat keine Aufträge mehr für uns. Sehr schön. Dann machen wir jetzt schon die Aufträge. Hey, Bitch. Bam. Bam. Was macht er? Er schützt eine verdammte Party. Kannst du in die Scheiße glauben? Schade, ja. Hast du ihn gefragt, warum? Er will wahrscheinlich ein paar Pitschöp in seinen Gesicht. Ich bin sicher, dass er eine bessere Reise hat. Wie geht's? Hör seine Reise. Es ist nicht richtig. Nicht nach Jonny's Funeral. Okay, okay. Lass mich mit ihm sprechen. Ich versuchte, er wird nichts tun, bis ich in den Krib. Okay, okay. Alles klar. Ach, lass doch Pierce hier seine Party schmeißen. Das ist doch alles legitim. Soll er doch Spaß haben hier. Okay, wir nehmen das Auto. Ich hätte auch einfach Domizil öffnen können und unser Auto holen können. Aber ich weiß auch nicht, warum ich das jetzt nicht gemacht habe. Naja, egal. Ups, sorry. So, ab zu Pierce. Wir klären das jetzt. Warum schmeißt der Arsch eine Party? Halt, ich will dein Auto. Scheiße, ey. Oh, Mann, ey. Gut, dann bleiben wir in dem Auto. Mein Gott, was soll's? De, 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 de. Ist das wieder weit weg? Das gibt's ja wohl nicht. Schon, die soll sich doch mal nicht so haben. Die kann doch auch Party mitfeiern und so weiter. Aber es ist noch traurig wegen diesem einen... Wie hieß er? Getman? Batman? Batman? Nein, Batman natürlich nicht, aber... Getman? Johnny Get. So hieß er. Irgendwie. Naja. Das Lied ist sogar gut. Das kommt mir so bekannt vor. Ich hab das schon öfters in irgendeinem Film gehört. Aber mir fällt jetzt absolut kein Film dazu ein. Ja. Super, ne? Halt die Schnauze, Mann. Keiner will deinen Scheiß hören. Hallo, ich brauch Musik. Ja, dankeschön. Achtung! Dammit. Oh, meine Tür ist weg. Scheiße. Alter, wie die Karre einfach nicht lenkt. Sie lenkt wirklich nicht. Das ist unfassbar wie... Was für eine schlechte Lenkung. Ja, natürlich, 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 natürlich weg mit diesem Auto. Kein Bock mehr auf das Auto. Nehmen wir das hier vorne. Gib es mir. Dankeschön. Deedle, 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 Deedle. Achtung, ich will hier durch. Dankeschön. Bam. So, wir sind da. Was ist jetzt hier los? Ich will auch mitfeiern. Hallo. Hallo. Pierce. Pierce. Oh, verdammte Scheiße. Schon wieder so geile Bräute unterwegs. Johnny's dead and you're throwing a fucking party. Well, when you say it like that, sure sound bad. I was saddled up in a human pony show. Will you see me cry about a little girl? I swear to God, I will shove that thing down your throat. Oh, schön wär's. Woah, Shandi. We can't mourn Gap forever. Eventually, you gotta get back on the horse. No offense, brother. He's right. Whatever. Damn, girl. Life is for the living and shit. You know what I'm saying? Oh, yeah. Alter, ich bin viel zu rallig gerade. Ich kann nicht weiterspielen. Das geht nicht. So, girl. Nein, nicht die schönen Frauen. Nein, bitte nicht. Ich hab mich gerade so wohl gefühlt. Nein. Ich muss sie alle töten. Nein, 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 nein. Das will ich nicht. Nein. Ich werd das nicht tun. Nein. Das Let's Play ist hiermit abgebrochen. Schweinerei. Oh, Gott. Natürlich werd ich's tun. Aber ich will's eigentlich nicht machen. So schöne Frauen einfach zu erschießen, find ich nicht in Ordnung. So, erst mal die Gun rausholen. Was für Probleme habt ihr denn? Ihr geilen Bräute, ihr. So, hast du da irgendwo ein Problem? Wer gehört denn zu uns? Wer gehört nicht zu uns? Ich glaub, du hast zu mir gehört. Wer, wer, wer gehört denn zu uns? Verdammte Scheiße. Ich seh nix. Hier, die ganzen Frauen sind böse anscheinend. Ey, die haben meinen Ninja. Lass meinen Ninja los. Bam, Alter. Gut, du hast eine gepackt. Sehr gut. Du bist Feind, oder? Ne, du gehörst auch zu uns. Da, die Polizistin ist noch gegen uns. So, du. Ey, lass den Kollegen los hier. Befreie dich doch. Sonst töte ich dich. Wups, ich hab dich aus Versehen erschossen. Sehr schön. Oh, hier sind noch Feinde. Komm mal her. Bam, Alter. Schade. Echt schade um dieses schöne Fleisch hier. Aber es muss wohl sein. Die sind alle so aggro. Dem, der, dem. Du hast noch eine. Erschieß sie doch mal. Alter, er ist down. Wie kann das sein? Pierce, du bist so ein Idiot, Mann. Wie kannst du da einfach sterben? Und vor allem wo? Ey, Mann. Verpisst euch jetzt! Einfach rein. Einfach rein. Ja, ist doch scheißegal, Mann. Scheiß auf Strom. Wir töten einfach alle Frauen. Wie viele geile Frauen kommen denn da noch? Es gibt bald keine geilen Frauen mehr in der Stadt, wenn wir so weitermachen. Verdammte Scheiße. Hallo, die Weltbevölkerung wird aussterben, wenn wir so weitermachen. Das geht doch nicht. So, ich soll mir ein Scharfschützengewehr besorgen. Ja, dann her damit. Wo denn? Wo denn? Ah, hier, okay. Wo soll ich denn hin? Nach oben, okay. Alles klar. So, was denn? Wow! Nein, bitte sei keine geile Frau, bitte. Doch. Scheiße, ey. Die stehen nackt da draußen, obwohl sie gar nicht zur Party eingeladen waren. Stehen die da nackt auf irgendwelchen Balkons rum? Halbnackt. Finde ich gut. Solche Frauen braucht das Land. Guten Tag. Auf Wiedersehen. Achtung, Achtung. Ich krieg dich. Au, au, von wo? Dammit, da. Pass auf. Verdammte Scheiße, was war denn das jetzt hier? Stromschock. Fuck, super. Komm schon. Ja, diese armen Frauen, Mann, die haben es überhaupt nicht verdient, obwohl sie uns erschießen wollen. Ne, die haben es trotzdem nicht verdient. Denen kann man auch nicht böses sein, eigentlich. Halt die Fresse! Halt die Fresse! Halt die Fresse! Du blöder Wichser, Mann. Deine scheiß Stimme kotzt mich so viel an. Ah, ja, toll nachladen. No Scope, gehen wir da jetzt durch, Mann. Wenn ich mal was treffen würde. Komm schon. Doofen Nutten hier. Einfach so, weil wir es können, habe ich das jetzt abgeknallt. Unheimlich hier. Uh, ich habe so viel Angst. So, Strom. Go, go, bitte. Schön. Ach, ach. Okay, da kommen noch ein paar Helikopter. Okay, geh zur Luftabwehrwaffe. Was wir alles haben, das ist ja unglaublich. Wir sind so fucking krass ausgerüstet. Das ist ja echt krass. Ei, 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 da schießt, äh, was krasses auf uns. Gib sie mir, dankeschön. Alter, scheiße. Boah, Kampfhelikopter. Was, was die alles für ein Shit haben, das gibt's doch wohl nicht. Mann, ey. Aber scheiß auf die Helis, die können uns wirklich nicht aufhalten. Ah, fuck it. Schnell. Jawohl. Nein, wie kann ich den verschießen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wo ist er hin? Beweg dich mal nicht so viel, du Wichser. Jetzt. Schön. Irgendwo muss noch einer sein. Hier. Ei, ei, ei. Wie schlecht. Selbst sogar im Helikopter sitzen, im Helikopter sitzen die geilen nackten Stripperinnen. Scheiße, Mann. Ich muss sie alle töten. Vor allem, was für Skills die alle haben, die Stripperinnen hier. Oh. Halt die Fresse doch hier, Mann. Did you have a plan? How about you, Eddie? There's a reason Philippe left the thinking to us. We're done here. Oh, es ist Kielbein! Good lucks. You only need one of them. Viola. Your son is setting. But it's not too late. There's still time to grab Apollo's chariot and drive that fucker back across the sky. You feel me? Yes, Kielbein. Ah, apology accepted. Hey, I'll come to you a VIP faster murder brawl. That'll cheer you up. Der Emo scheißt sich voll ein. Ist doch gut, eine böse Fotze wieder weniger. Ist doch super. Kielbein hat uns einen Gefallen getan. Sollen sie sich doch gegenseitig umlegen. So. Okay. Die ganzen Stripperinnen sind auch down. Leider. Jetzt ist die Stadt nur noch von Männern bevölkert. Wahrscheinlich. Das ist schon schade. Das ist wirklich schade. Um die schönen Frauen. Das tut mir echt im Herzen weh. Naja. Was soll's. So. Erstmal die Waffe wegstecken. Dann gucken wir doch mal. Kann ich bitte hier hoch? Dankeschön. Gucken wir doch mal, was wir so an Aufträgen haben. Shondi, du bist... Schon wieder er! Verpiss dich! Simons, keiner mag dich. Aber ich muss deine Mission einfach machen. Ich will sie hinter mich bringen. Oh Gott. Alter, geile Scheiße mit dem Heli hier. Können die Stadt in Schutt und Asche legen. So, okay. Halt die Schnauze. Ein Kampfhubschrauber hat Radio drin. Das ist sehr cool. Ähm, ja. Ja, ich habe jetzt Simons wieder mal überhaupt nicht zugehört, weil ich so beschäftigt war mit meinem Kampfhubschrauber hier. Ja, man, so muss das. Scheiße, die explodieren alle zu früh. Mist, ich wollte die Brücke zerstören. Naja. Schade. Okay, dann hier jetzt. Voll reingebrezelt. Oh, da kann man wirklich alles platt machen. Und es interessiert halt einfach keinen. Die Polizei interessiert es nicht. So mag ich das. Dem, 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 dem. Bootsatz gemacht. So, wir parken hier einfach mal. Wir dürfen das. Wir sind ein Saint. Ähm. Könntest du? Dankeschön. Sehr gut. Sehr gut. So. Was müssen wir jetzt gleich nochmal machen? Ich habe nicht zugehört, weil du so eine hässliche Fotzenstimme hast, du Wichser. Ich bin viel zu gemeint zu Simons. Das. Wir haben die Grundlage gegründet. Unsere Medien nicht kontrolliert und die gute Säte für unsere Kinder haben fettetischiert die Kultur der Gang und gegründet haben. Und haben die sociopathischen Möden in die Helden gegründet. Kein mehr! Die responsible für dieses Akt der Terror werden und verletzten accountable gegründet werden. Die Stag Initiative markiert eine Milestone in der Gegründung der Städte der Amerikaner. Was ist die Stagg-Initiative? Wenn es Freeporn für alle ist, dann bin ich da. Also, was ist die Leid? Oh, ich hab dich verabschiedet, Slam. Sehr discreet. Das ist eine Anruhe, um die Morningstar zu schrauben, direkt in ihren Kollektiv. Ich sagte, sie haben es in der Auktion heute Nacht. Flashe die Karte. So, was? Ich würde sagen, dass ich ein Eccentrick-Millionär bin? Ich bin gern mal ein Sexsklave, das ist gar kein Problem. Einer muss ja den Job jetzt machen, da wir alle Frauen getötet haben. Also, ist das klar, dass wir das jetzt machen müssen? Naja, ich bin gespannt. Ich höre Ton, aber ich habe einen Ladebildschirm. Das ist komisch. Oh, geil! Oh, ja, Mann. Ah, muss ich jetzt wirklich nackt rumlaufen? Finde ich super. Ich stehe total auf. Auf meinen Körper. Haha. Ich bin schon wieder so scharf. Das Spiel macht mich so rallig immer. Hör doch mal auf zu stolpern. Bist du besoffen? Ja, die ist irgendwie dicht. Und wenn ich laufe, dann stolpert sie. Oh, ich dachte, ich muss hier erstmal reinkommen. Aber gut. Wenn ich schon so ballern muss, dann kein Problem. Alter, wie kann man auf eine nackte Frau schießen? Bist du ein bisschen bescheuert oder was? So, okay. Ganz ruhig jetzt. Was ist denn los mit dir? Kotz erstmal hin, ja. Bist du besoffen oder was? Was hast du genommen, Mann? Damn it. Ich weiß nicht, was unsere liebe Freundin hier genommen hat. Ey, die hat einen Penetrator. Pass auf. Ach, die gehören zu uns. Die mit dem Penetrator. Okay, alles klar. Keine Chance haben die Wichser hier. Da oben ist ein Scharfschütze. Alter, du bist so dicht, Mann. Du bist so dicht. Finde ich gut, finde ich gut. Und nackt und dicht. Ach ja, sie ist wirklich dicht. Komm schon. Töten sie alle. Konzentrier dich jetzt mal ein bisschen. Bitte fallen nicht mehr hin. Wie viele Gegner sind denn das hier noch? Ach, ich soll mich hier zum Sicherheitscenter begeben, okay? Dann lauf mir doch da einfach mal hin. Moment, ich muss glaube ich einen Stockwerk runter. Oh, du siehst so großartig gerade jetzt. Und... Ah, du bist so sexy, Baby. Warte, interessiert mich die Frau, Mann. Ist eh... Es war die letzte Frau wahrscheinlich auf dieser Welt. Nein, war es nicht. Ähm, wo ist denn das Sicherheitscenter? Hier, okay, alles klar. Ich hab's, ich hab's, ich hab's. Okay, alles klar. So, was ist hier los? Das ist das Sicherheitszentrum. Das ist doch wohl ein Witz. Das ist ein fucking Folterkeller hier. Gein Sicherheitscenter. Mann, Mann, Mann. Mann, Mann, Mann. Mann, 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 Mann. Mann, 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 Mann. Vielen Dank.